Oh, ich hab, ich hab ein, äh, 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 nether, nether, wie heißt sie nochmal, netherburg, netherfortress, fortress, netherfortress, hab ich gefunden, also ich hab sie nicht gefunden, aber ich hatte gerade einen Ladebuck und konnte sie sehen, haha, sehr gut. Hier können wir so eine ender chest bauen, weil für die brauchen wir diese komischen, blaze bauter, äh, blaze dingstie, bumsties, ich sollte mir vielleicht ein bisschen mehr Platz machen, ach, hier ist alles voll bei uns, ja, au, Kisten, du hast drei Diamonds, letztes Mal hab ich doch so viele, oh Gott, Ich hasse es, ich hasse diese verkackten Explosionen, die, die schocken mich einfach so hart. So, das, das, das. Ich glaub, es wird sich lohnen, wenn ich mir so einen Mining-Laser baue. Ah, der war im nether, war der total komisch, der hat irgendwie mehr kaputt gemacht, als, ja, das gute ist im nether, ist, wenn man da die, ähm, das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder, wenn man da im nether dann farmt, dann werden die Schweine nicht aggro, wenn man mit dem die Dinger ablottet, also quasi die ores. Da werden die Schweine nicht aggro, da kann man einfach, einfach weiter farmen, ist voll geil. Interessant, interessant. Ja. So, jetzt aber, jetzt. Ich wette, ich brülle mich jetzt hoch, und voll unter nem Lavasee. Ja. Dammit, wo komm ich jetzt hoch? Warum tust du sowas? Ja, ich probiere gerade, da, Mether Fortress zu finden, die ich gesehen hab. Dafür muss ich hoch. Weißt du? Hm. Die ist irgendwo bei minus 1000 und 100, irgendwie so. Möchtest du dir das aufschreiben? Oh, ich bin sogar drin! Haha, ich hab mich reingebaut. Ich bin so cool. Ich wette, das ist mal ein Glas. Warte. Das geht ja so nicht. Das geht ja so nicht. Gott, so viele Nether Bricks. Wo sind wir denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, da kommt... Oh, verdammt, da hätt ich ja die Dinger gar nicht gebraucht. Oh, oh. das war irgendwie verschwenderisch gerade aber jetzt haben wir hier cobblestones, dirt dingsty bumsties nochmal dingsty bumsties und dingsty bumsties dingsty bumsties? was sind dingsty bumsties? und meine nase läuft ganz schlimm ich muss meine nase schnitzen oh adam weißt du wie ich mich reingebrüttelt hab? da wo die pilze wachsen das funktioniert das funktioniert also wir haben diese komischen pilze die kann ich dir jetzt bringen dann kannst du sie anpflanzen da bei diesen komischen dingsty bumst geht doch auch oder? äh ja stimmt kannst du irgendwie züchten oder so passt ich riskiere nur kurz mein leben für ein paar blaze dingsbums ich weiß gar nicht was heute los ist mit mir alles heißt bei mir dingsbums das dunks und so ja das ist das alter marco das macht dich dumm das ist einfach alzheimer und so so ich glaube auch aber es sortiert wieso merke ich mir den den weg merke ich mir ja so nie wo bin ich da nochmal rein jetzt werden wir ganz viele mit zusammenscheißen benutzt doch die komischen pipes da die sind viel besser komischen pipes die die nicht red power aber adam kann die pipes nicht er checkt sie nicht ja das liegt daran weil du sie noch nie angeschaut hast ja irgendwann schauen wir sie mal an aber da wir die jetzt erkennen wir hätten alles anders bauen können ja das ist die große version machen wir dann gescheiter hier war echt der enderman hat hier alles durcheinander gemacht oh da ist ein blaze spawner und da sind schon mal zwei stück ich habe einen blaze wie viel brauchen wir vier stück mindestens für einen ne acht stück acht stück willst du mich umbringen ne das machst du schon selber oh da ist noch einer hm ich glaube mir geht da basalt hier gleich aus er hat nix gedroppt weißt du mach keinen spaß einer ach so mach keinen spaß wenn die nix droppen das ding muss mal anlaufen komm schneller schneller ja das ist voll cool hier voll cool du aha treppen und so weiter gehts hm das meine die pipes mining pipe achso das ist das ding viel zu viel zeug hm hm ahja schau mal kurz rüber ins gewächshaus ok ich habe meinen zweiten hm wolltest du nicht diamonds besorgen das ist noch wichtiger nein dann sterbe ich nicht mehr da muss ich nicht mehr so viel rumlaufen ist doch gut ich habe schon vier mann passt doch hm ach das gibt es doch nicht chill doch hm ich glaube ich hatte damals echt glück warum mit den gewächshaus landst du oh ich mache ja mal links klick ich darf rechts klick alles hab ich dir ja gesagt dass du locker hattest ah nein rechtsklick war ja eh ich hab grad scheiße gebaut und hab kein holz ah doch waren die da oder ne wie immer ok äh ich hab mich verlaufen in der burg ok warum kommen da keine Samen mehr raus hm ich glaube ich bräuchte irgendwann mal Düngemittel oder so damit das besser läuft so während das jetzt sortiert ja stimmt machen wir rum heute euch bestimmt schon alle mal besorfen oh oh gott weißt du wie das noch ging eh ich hab keine ahnung aber ich hab 6 von diesen komischen blazer arts oder so Ähm... Ei, ei, ei. Ei, ei? Nee, das war's auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie man's macht. Ja. Das ist ne gute Sache dann. Die brauch ich, glaub ich. Hm... Okay, ne. Dann muss ich später noch nachschauen, genau. Oh, passt eh, die Sonne geht grad runter. Welch Zufall. Hahaha. Ah ja, Glas hast du mir auch noch gebrannt, gell? Ja, hab ich ein bisschen. Kann ich mein Dach endlich machen? Geh weg sonst. Komm schon her, du Blaze. Oh, noch eine. Komm schon. Ja, komm du droppst jetzt. Und, und? Ja. Okay Adam, ich komm nach Hause. Ohne Diamonds. Ähm, ich hab jetzt Diamonds, aber... Ich hab schon mal diese komischen Dinger. Also passt alles. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal das Wichtigste. Ich hab jetzt ein Dach im Gewächshaus. So. Das ist die Frage, wo bin ich hergekommen? Ich bin... Hier... Da waren doch irgendwo diese... Ah ja. Ja, ja, ja. Hier bin ich. Gut. Ich hab mir voll die ungefährliche Treppe gebaut. Aber ich geh nochmal kurz pennen. Gute Nacht. Ja, dann hau rein.